Raus aus dem Winterschlaf und mach dich bereit für ein schwammgelbes neues Jahr. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir feiern ein ganzes Wochenende voller Action. Ich kann gar nicht glauben, dass das wirklich passiert. Und Spaß mit deinem liebsten Schwamm. Ist das nicht wundervoll, Thaddeus? Irgendwie krieg ich nicht genug von dem Kerlchen. Starte in dein neues Jahr mit dem schwammtastischen Wochenende. Samstag und Sonntag ab 12.30 Uhr. Nur bei Nickelodeon. Bis zum nächsten Mal.